Heute haben wir Montag den 23. November Hey ho Leute, wie geht's euch? Heute haben wir Montag den 23. November und ja, wieso kam Sonntag kein Video? Ehrlich gesagt, kein Bock. Ich habe nur gechillt am Samstag, Sonntag. Also im Endeffekt ist es dann doch nichts geworden. Ich muss jetzt nochmal schnell ein Video machen, weil ja, Ersatzvideo für Sonntag und so. Ja, Montag früh habe ich dann mein Fenster hochgezogen. Hier, Jalousien hochgezogen. Und was kam mir in den Blick? Wir haben Wetterbericht gehört. Ach, ein bisschen Graupelshow, das war es. Das ist dabei rausgekommen. Schnee. Und gar nicht mal so wenig. Das heißt so viel wie, ich gehe jetzt mal kurz raus und werde da ein bisschen filmen. Viel Spaß. Hey Leute, ich bin wieder zurück und ja, ich habe mir mal meine Wintersachen rausgekramt, so wie die Mütze, Schalbräuner nicht und Handschuhe auch noch nicht. Es ist auch nicht wirklich kalt, aber der Schnee ist noch da und es ist richtig cool. Es ist so ein richtig schöner, fester Schnee, so ein Graupelschnee. Der ist so richtig schön fest. Und ja, also man könnte jetzt den Schnee immer noch raus bauen. Aber ich glaube, das sehe ich mir für später auf, wenn mehr Schnee fällt. Und es ist richtig schön. So. Nächst einfach den Schnee bzw. den Graupelshow, der jetzt kommt. Und das heißt so viel wie, ich muss jetzt aufhören, sonst wird die Kamera zu nass. Und dann bis demnächst. Bis zum nächsten Video mal gucken. Vielleicht kommt im Laufe der Wache nochmal eins und bis dann. Ciao.